Ich, ich, äh, Jump per Drop Hot gleich zur Zurwahn-Amp-Station, das geht auch. Ah ne, du sagst du noch ne Galaxy holen hast. Du wolltest doch ne Galaxy holen, hast du gesagt mal. Na gut, dann hol ich halt ne Galaxy. Hihaa! Also ich jump ein bisschen mit den Jump-Plattformen herum. Ach, Esami Warpgate und dann nach Inder zum Warpgate und dann die Galaxy Kau. Boah, du hörst dich ja total gelangweilt an. Das ist normal bei mir. Und du wirst heute so eine Attac-Nacht der offenen Sterne Warte geben, wenn du dich so müde anhörst. Ich hör mich immer so an. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja! Ich bin schon wieder verwirrt. Ja, da war ja was. Äh. Ich wollte nie keine neue Waffe kaufen, ich wollte nach Inder. Da war ja was. Wer bist du? Du bist Max. Aha. Der ist Max. Ne, hier steht nur so ein Typ vor mir, der heißt Aufträger. Max Theon. Juhu, Framerate-Einbruch. Ach, jetzt ist es wieder normal. Ich nicht. Äh, also ich kaufe mir jetzt eine Galaxy am Inder-NK-Warpgate. Kommt euch jetzt mal jemand mit oder ist es sinnlos, dass ich mir eine kaufe? Äh, ich bin auch im Warpgate. Ich bin gerade vor deiner Nase gelandet. Ja, ich seh, ich komm ja schon angerannt. Ich seh, hinter dir läuft noch einer zu meiner Galaxy. Ich verwende mal kurz den Chat. Wohin wollen wir denn? Ähm, ähm, wie komm ich da jetzt hin? Ich bin das Duart. Ich glaub ich bin jetzt hier am... Äh, ist am Your Warpgate. Machen wir die Kommando-Aktion hinter feindlichen Hirn oder...? Lass mich mal gucken. Gehen wir einfach zu Snake Rewind Lookout oder Server & Amp Station, da ist am meisten Lust. Und natürlich The Crown! Oh nö, The Crown, äh, das haben die schon genügend gesehen. Oder möchtest du hinwegkommen? Möchtest du mal Crown besichtigen? Hm, da war ich noch nicht, nee. Ja. Glaub ich. Also wer noch nicht an The Crown war und Planet 2 spielt, hat wahrscheinlich noch nicht viele Kids. Ähm, dann sag ich mal kurz Ciao. Kannst du ne Kommando, Axel, äh, Kommando bitte mal durchgeben in der Basis hier, damit wir viele reinbekommen? Nee, das mach ich gerade. The Crown, Galaxy... Ja, wie komm ich erst mal zur euch? Ich bin grad voll am... Umrätseln. Bist du am Terminal? Ich bin am Esamir Warpgate. Ja, wir sind ab in der Warpgate. Ja. Ja, das ist natürlich schlecht. Nee, du musst dann einfach zum Terminal, wo die Planetenkugel ist. Und so kannst du dich... Einen Moment, einen Moment. Die muss ich erst mal suchen. Okay, hab's gefunden. Ich will schießen, ich will schießen. Achso, ja. Gut, ich glaub, ja, ich... Ja. Zu einfach für mich. Na komm, lad nach. Gong. Meine Damen und Herren, liebe Flugreisende. Herzlich willkommen auf der Galaxy. Kurz vor der Abflug zum Crown. Hopp, mach hin, ey. Sonst ist sie gleich voll. Unser Käpt'n möchte gerne Ihnen auch eine Begrüße sagen. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Käpt'n, gib mal jetzt ne Begrüßung, verdammt verfahren. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja. Oh, ich seh einen feindlichen Flieger. Ich seh zwei feindliche Flieger. Ich seh zwei feindliche Flieger. Wir können los. Gong. Meine Damen und Herren, schneiden Sie sich an. Wir fliegen los. Die Kotztüten sind unter Ihrem Sitz. Die werden Sie garantiert gebrauchen, wenn ich fliege. Für die Ausstattung ist auch gesorgt. Sie haben unter jedem Sorte Besitz Kotztüten. Und außerdem servieren wir das Essen nach'n Uploads. Da das Ozean Update noch nicht da ist, brauchen sie auch die Schwimmwesten nicht. Trotzdem wünscht... Wer schießt denn da auf uns? Trotzdem wünscht... ...er... ...quan... ...einen schönen Flug bei uns an Bord und wünscht ihnen ein schönes Flugzeug. Wer schießt denn da auf uns? Feindlicher Flieger auf... ...12 Uhr. Seh ich. Kann ich nicht anvisieren. Nein. Das ist mein Fall. Oh, ich sollte mal ausweichen. Du, jetzt weißt mich jetzt nicht. Oh Gott, ist das nicht träge. Oh Gott, ist das nicht träge. Oh Gott! Seh nicht... ...die faule Socken. Mal ein bisschen in den Tiefflug gehen. Nicht abstürzen. Juhu! Nicht abstürzen. Oh ja, ich abstürzen. Dong, 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 dong. Ich glaub, das war keine gute Idee. Ich krieg mal gerade mehr. Ehrlich? Ich bin mal dafür, dass wir gleich aussteigen. Ehrlich? Ich steig aus! Ich bin ausgestiegen. Ich hab mir nen Freund getötet. Wie hab ich denn das gemacht, indem ich ausgestiegen bin? Ja. Na sowas. Ohhohohohohohoho. Ich hab noch jemanden von uns getötet. Wie hab ich das gemacht? Ja, indem du ausgestiegen bist. Dann lenkt ja niemand mehr das Flugzeug. Ja. Weg doch mal, ja. Ich hab aber doch gesagt, dass ich aussteige. Oh, das hab natürlich nur hier gehört. Äh, ja, okay. Ich bin auch ausgestiegen. Ähm, Leute, und zwar... Feldspar Canyon Base ist jetzt... Ich glaub, der Schuh ist ab. Ah, nein, doch. Nein. Wiederhole, die Verteidigung fixiert sich jetzt auf Feldbase Canyon Base. Wir sind gerade beim Old Stockpile, weil warum bleiben wir nicht einfach hier? Das gehört den Feinden und Eroberns. Richtig mal. Eine gute Frage. Äh, weil ich gerade vom Berg gefallen bin. Ich hab's überlebt. Ich hab nicht mal Schaden bekommen. Ja, was seid ihr denn? Äh, äh... Wir sind gerade direkt im... Ah, scheiße. Da ist ein Panzer. Der Old Stockpile sind wir gerade bei Rush-New-Biolabs. Ah ja, es wird hier gerade aktuell bei Venn... Soll ich mal auf uns aufmerksam machen? Nein! Ja, es wird gerade sehr gut gerusht von uns. Ach, scheiße, ich hab keinen Regenerations-Kit. Ach, Mann. Komm mal. Fahr weg, Sandara, fahr weg. Dü, 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 ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Wenn die denken, jetzt das warst du, wenn die dich sehen. Was, was? Was hast du gesagt? Nix. Okay. So, ich hab mir meine Mitfahrer-Gelegenheit organisiert. Und ich glaube, ich werde jetzt in den nächsten zwei Minuten sterben. Du siehst mich nicht. In den nächsten zwei Minuten sterben. Blöder, Sandara! Ach, das ist ein Panzer, ist ja noch besser. Ja, warum hältst du an, du froh? Ich hab nur mal von dir abgelenkt, ja. Hat er mich gesehen? Nein. Ich weiß es nicht, ich hab kurz rausgeschaut und er hat in meine Richtung geschaut. Doch, ne, mich hat gerade, glaube ich, jemand entdeckt. Hinten am Horizont, den ich selber nicht sehe. Hinten am Horizont geht's weiter. So, ich lauf jetzt mal zum Checkpoint. Ich lauf jetzt mal zum Checkpoint. Und dann werden wir mal sehen, ob ich noch immer so ein guter Camper bin wie früher. Ich unterstütze dich von oben, ja. Stecken wir uns mal hier? So, sagen wir tauschen. Ist ja aber nett, wenn ich hier unten noch jemanden hätte, der mit den Checkpoint einnimmt, dann geht's nämlich schneller. Warte, kriege ich Schaden, wenn ich runterspringe? Also, ich hab's irgendwie geschafft, keinen zu kriegen. Ich versuch's, ja. Wahrscheinlich stirbst du jetzt. Boah, was ist denn das? Ja. Das ist ja so hochqualifizierend, das geht doch nicht. Hoffen wir, mich flankiert jetzt wieder keiner. Aber. Ich spawn dann direkt mal in der Nähe und komm drüber gelaufen, japp. Ja, dann hoff mal, dass du nicht entdeckt wirst. Nimm den Spion, dann kannst du dich tarnen. Ehrlich? Jetzt zu spät. Aktiviert er? Der will hier immer weg sind, der Vogel. Na gut. Ähm, ich würd mal ein bisschen aufpassen bei dir Richtung Süden. Da sind zufällig gerade auf jeden Fall drei, vier Panzer. Äh, und ein Flugzeug. Und es schwebt genau über mir. Ich seh's, ja. Sieht er dich? Sieht er dich? Ich glaub, er hat mich gesehen, ja. Aber mich sieht gerade niemand. Nein. Ich glaub, ich bin gerade versteckt mit einem Flugzeug. Ja, der hat mich definitiv gesehen. Aber jetzt ist er glaub ich... Nein, nein, er ist nicht hinter dem Flieger. Er ist hinter mir, ja. Ah, scheiße, bedroht. Ach, schade. Oh, oh, ich seh dich. Ich snipe gerade mit einem G. Da würd ich dir einen Snipe... Äh, ja, entführen. Spion. Ich glaub, ich nehm jetzt auch mal einen Spion. Ja, nee, jetzt echt. Ah, ich mach das, glaube ich, wie früher. Ich snipe einfach auf den Turm und gucke. Ah! Ah! In der Kuh! Nein, ich nehm einen Panzer. In der Kuh! Wir haben einen Panzer für uns gefunden. In der Kuh! Au! Der stand direkt vor mir und ich hab ihn nicht gesehen. Ah, der bugt schon wieder. Jetzt sehen wir dreimal den Ladebildschirm hintereinander. Oh! Vogel! Das ist so widertüblich aboschlau hier. Oh, ich hab gerade wieder einen Framerate-Einbruch. Hä? Ich hab gerade wieder einen Framerate-Einbruch. So, meine Freien. Ingaard! Schöne Moin! Idiot! Idiot! Was schießen die da? Mein Gott! Die haben sich vielleicht im Geburge verschanzt. Du solltest... Was? Die haben sich vielleicht im Geburge verschanzt. Im Gebirge, also? Ja, das hab ich gesehen. Haben die Raketenwerfer? Ja, 1-2 müssen Raketenwerfer besitzen. Aus... Ähm... Nordwesten sind Raketenwerfer zu... Wo fahr ich denn jetzt eigentlich hin? Die falsche Richtung. Also ich probiere ein bisschen dort zu ärgern. In der Basis ist, glaube ich, jemand. Ähm... Wow! 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 Oh, vollkommen falsche Richtung. Ja, in der Basis ist, äh, jemand. Mal ehrlich? Ja. Das ist ja hier riesen... Das ist ja mein Vizier total. Irgendwie schon, ne? Dafür werde ich jetzt das Plateau auflösen. Ich darf wieder zu euch ins Quad. Juhu! Plateau wurde aufgelöst und dafür bist du jetzt in einem Quad. Ja, ich seh's. So, warte! Oh, hehehe. Wir auch mitfahren. Ja, dann steig doch ein. Bin ich drin, jetzt kannst du klar machen. Okay. Was soll denn das jetzt? Nee, das war's nicht du gemeint. Das war jemand anders gemeint. Och nee, muss das jetzt sein? Das ist grad ganz ungünstig. Bam! Der Link ist tot. Dadurch hat die Höchstummeiner-Statistik auf 0,555-6. Ah, Rakete! Daneben, doch ne Rakete! Noch eine! Bin ich dabei, ein der? Ah, wenn du Raketen ziehst, dann... Das versuch ich ja, aber die Treffen trotzdem. Hinter dem Baum steht jemand, den ich versuch... den ich gerade versuch, da hinzuschneiden. Ach! Boah, das gibt's doch nicht. Einer ist... Einer aus... Reparier mal! Die im Gebirge sind verpflichtet. Nein! Ah, ich brauche. Aber es ist schon lieber... Ist wieder jemand da oben im Gebirge, in deinem Baum. Das ist zu... Das ist ja wichtig, Filos, und das ist nicht nur bei dem Baum. Es geht doch nett! Wie schlecht schieß ich denn heute? Ah, der Panzer vor uns ist explodiert. Ich geh mal... Ab nach hinten, danke. Da steht was hinter uns. Ja, komm, krass, zieh dich mal, komm, hau ab. Danke sehr. Äh, wo ist denn jetzt vorne und wo ist jetzt hin? Ach, da. Ähm... Jetzt ist es vorne. Bekipp dich einfach hinter diesen Trace. Aber ich brauche langsam... Naja, 19 Schutz geht noch. Ach, da ist ja auch Uni. Okay, okay. Da oben im Bögel, in den Baum steckt sich ein Auto. Wenn ich fragen, wie viele... Boah... Das hat... LOL. Das ist die VW-Käfer, oder? Das ist die VW-Käfer, oder? Was lacht er denn? Er kommt hier vorne an. Äh... Da hat gerade eine Rakete auf meinem Panzer aufgeschalten. Eine Lenkrakete. Ne. Doch, ich habe eine Warnung gekriegt. Okay. Aber ich habe keine Rakete abgekriegt, deswegen. Ja, ja. Also, ich habe jetzt während des Hammonds... Au! ... fast Alleingang fertig gemacht. Bei so vielen Panzer bezweifle ich, dass das im Alleingang war. Ah, ist ein Abbey. Ähm, wie zieh mal bitte an? Das ist nichts, verdammt. Hier, ich habe nicht aufgeschossen, dass ich meine Warnung stehe. Was? Da in... ...dings da. Zahm nachher oder so. Oh, Gegnerische der Panzer. Ja, ja. Hier in der Felskau. Sag mal, wie schlecht schieße ich denn heute? Das geht's doch nicht. In der Canyon-Base laufen gerade vor. Sag mal, wie dann hast du mich gespielt. Ich habe gestern das letzte Mal gespielt. Da war ich richtig gut. Andern eigentlich? Äh, keine Ahnung. Irgendwann abends. Ne, da war ich hier glaube ich nicht drin. Ja, aber auf Flipkorp. Ja, ich bin ja jetzt auch bei Flipkorp, aber egal. Ups, das war keine gute Idee. Au! Nein, es steht da noch ein Trottel hinter uns. Au! Aussteigen gar nicht. Ne, ich schaff's schon noch. Glaube ich. Wenn da nicht ständig Idioten mich gegen mir fahren würden. Du brauchst ja auch ein Deutsch. Ja, ich bin Yoda oder so. Oh nein, jetzt habe ich einen. Nein, doch nicht. Doch. Scheiße. Na ja, egal. Also das war ein sehr guter Rat von meiner Seite gewesen. Aussteigen.